hallo und ein herzliches willkommen bei uns bei der pummelrunde mit dem uncutfreak der pseudonymer und mir dem iso wir spielen heute prallala eine runde prallala bitteschön so was muss man drücken ich glaube ich bin so roland und da musst du wahrscheinlich noch mal bestätigen ich bin ja wir können uns jetzt entscheiden wo wir kennen wir haben noch sechs sekunden ich wähle einfach mal irgendeine lustige map aus die haben wir können die alle gewählt wir haben das irgendwann schon mal gespielt also die pseudonymer und ich aber ich habe keinen plan mehr was die hat schon eine waffe nein okay man konnte an den wänden hochlaufen das ist nicht okay nein 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 lass mich doch erst mal gucken wie es geht mensch ich habe eine ahnung wie es geht mach aber button mashing ich mag das nein das mag ich nicht au okay da wäre ich schon weg du ich war das moment warte was kann ich denn hier so toll was 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 soll ich mit diesem blöden kugel hier aber wie wirft man das denn weg mit der 1 der 1 also damit nicht um die haben eine reichweite von keine ahnung ich frage mich gerade das gab es nicht jetzt ist das was vielleicht ich glaube jeder hat ich kann man doch nicht mal ausprobieren da kommen direkt wieder alle angelauschen nein au oh nein 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 okay wenn man wenn man B gedrückt hält dann lädt sich irgendwie so ein Sonderangriff auf dann auf die falsche spielfigur guckte ja jetzt damit wäre ich raus alter nein 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 ah 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 na toll fuck maus xbox 360 genau habe ich hier schwerer Angriff ist B schwerer Angriff ist Y A ist springen X ist Spot gegenstand werfen RB ausweichen man kann ausweichen okay ah okay gut dann 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 nehmen wir die um ein fuchsgeist aber gibt es die alle alle die gleichen auswählen weiß ich nicht ja man kann dieselben auswählen ja Orion nicht gemacht also das hört sich an wie der sagte shop ein leben das knasch ich mache da ich finde das meine das ist das ist das ist du das du wirst du 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 wohnst nicht warm oh Nein, das geht so nicht! Lässt du das jetzt mal! Geht ihr weg! Geht alle weg! Doch! Geh weg! Los! Ich glaube, ich habe mich selber wieder gebrochen! Aua! Aua! Hilfe! Hey! Hä? Au! Der Bogen ist scheiße! Aua! Einfach mal so links, rechts, links! Nein, nein, nein! Oh, oh, oh! Halt! Ich war da nicht fertig mit Testen! Das war mal eine Spezialattacke! Das war ja witzig! Ich habe eben mit meiner Pseudonyma ein Bild gekickt! Was ist meine Spezialattacke? Hier? Hau! So! Gehst du! Nicht ich! Wie macht ihr denn dieses Brumms? Nein! 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 Ich finde, ihr solltet beide verlieren, doch! Ich glaube, der Uncut, der cheatet! Ja! Ich habe einfach eine Bombe dahin gelegt! Das war ja witzig! Ich habe das Ding geschmissen! Oh! Oh! So! Ich bin jetzt da mit zwei! Ja! So! Wer ist denn das jetzt hier? Orion! Wie nehme ich ihn jetzt? Nehmen wir mal noch die! Äh, wieder die meine ich! Ich nehme mal Gnasch! Ich nehme Lingenfall! Die hat so große Hände! Okay! Die macht wenig Schaden! Die hat wenig Verteidigung! Aber die ist sehr schnell und sehr beweglich anscheinend! Ah ja! Gut! Ob dir das irgendwie helfen würde? Überhaupt nicht! Ne! Ich glaube auch nicht! Äh! La la la! Hm! Was will ich denn mal? Das sieht sehr kompliziert aus! Hat wohl! Hey! Hey! Tja! Gewonnen! Ich will wenigstens schon mal die Karten auswählen! Wenn schon den Rest nicht! 3, 2, 1! Wo bin ich? Wo bin ich? Äh! Ich bin gelb! Ich bin gelb! Wo bin ich! Imperial gelernt! Oh! Wir haben einア Teller! Ah ja! Juhi! Juhi! Die kriegen ja voll auf die Dresse, ne? Wer jetzt? Von dir! Die kriegen doch voll aufs Maul! Ja, muss der auch mal machen! Aua! Juhi! So, ich bin zufrieden! Ich hab jeden von euch mal rausgeworfen! Mehr kann ich nicht hoffen! Nein, nein, nein! Wieso machst du denn sowas? Sprich doch nicht aus dem Weg, Mensch! Ich hab mal auf den Falschen geguckt! Ich wollte grad sagen, wen schlägst du denn da? Das steht überhaupt keiner! Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Nein! Ah, beide! Oh, ich hab keine Waffe mehr! Jetzt fall doch mal da runter, bitte! Und ein Doppel! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Jetzt fliegt endlich runter! Wow! Nein, nein, nein! Ah, der war gut! So klappt das ja gar nicht! Geh weg mit deiner Bombe! Nein, 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 nein! Scheiße! Ja, komm! Alter! Nein, nein! Nein! Ich bin zufrieden! Klinglinglinglingling! Ja, schön! Eine Runde machen wir noch, oder? Ja, auf jeden Fall! Ja, super! Dann nehme ich hier... Wow! Ich habe jetzt eine neue Farbe für die braunen! Braun? Schönen! Das ist ja super! Okay, der hat eine Sensor und eine Pistole! Ich bin Kaspian, der Kasper! Kaspian! Der ist bereit für den Kampf! Ihr fällt, lasst uns die ganze Zeit ab! Wir sind da! Und das ist... Schon weniger meine? Du hast aber ein Glück! Dann gewinne ich jetzt bestimmt wieder... Oh Gott, die bewegen sich! Ja, super! Aber wenigstens ein bisschen... Okay, wo bin ich? Wo bin ich? Okay, ich habe bei diesen Spielen immer das Problem... Ich will immer erst in die falsche Richtung laufen... Nein! 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 Die Scheiße! Aua! 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 Was war denn das? Das war mein Spezial, Alter! Endlich irgendwann mal getroffen! Aua! 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 das mit den kanoten mit den pistolen finde ich gar nicht mal so schlecht da drüben war was also einfach sagen diese diese super attacken sind total schwer zu treiben ja aber auch nicht wann ich eine mache ehrlich gesagt was verstehe überhaupt nicht wann ich eine mache länger länger b gedrückt hat y oder wieso ihr gebt mir echt tolle tipps nicht macht man das mit dem werfen noch mal keine ahnung hör auf damit jetzt ist es nicht komm hörst du jetzt auf ach man kann auch vorher loslassen ich wollte das horn werfen werfen vor allem ja genau und man kann sich irgendwie sehr sehr viele sachen irgendwie freispielen habe ich das gefühl und wöchentlich also das letzte mal als wir das vor ewigkeiten mal gespielt haben gab es andere charaktere ich glaube die wechseln irgendwie entweder wöchentlich oder per season oder sowas heutzutage gibt es ja überall seasons da aber du kannst du freischalten oder ja du kannst sie du kriegst ja immer gold aber ich dachte du kannst ja die kaufen ja ich gucke gerade genau du wenn du sie kaufst dann ist das so wie bei heroes of the storm dann hast du die sie irgendwie dauerhaft und ansonsten also rayman kostet zum beispiel 5400 gold auch da brauchen wir noch ein bisschen gold ok kann man kann aber auch echt geld ausgeben ja 20 euro kosten alle legenden naja gut okay dann hat man alle naja gut naaa aber dafür ist das spiel sind also dafür ist das spiel das muss man dazu sagen das spiel ist kostenlos genau einzelne frei spielen zum beispiel ja genau also dann macht man ja auch zum beispiel bei wie heißen das andere spiel mit den schwertern for honor gibt es ja auch gut ja also wir hoffen euch hat die erste folge bra la la gefallen bra la la ball hall бывency ne bra la la river bakla la la va la vielen dank fürs zuschauen weil wir wissen selbst noch nicht nur Tschüss!